Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Test. Und zwar versuchen wir uns heute an Adventure Time, das Geheimnis des namenlosen Königreiches. Ah, da kommt die Geschichte schon, aber wir gehen einfach mal auf Spielen und machen ein neues Spiel. Wie gesagt, immer noch nicht angetestet und ich gebe jetzt hier einfach mal ein Mietzi. Mietzi. Wie? Hey! Achso. Ah. Wegen Englischsprache. Gleicher Platz mit Mietzi. Perfekt. Let Time. Okay. 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 Finn, ich bin kletschnass. Ich wusste, dass draußen schlafen eine schlechte Idee war, aber Jake ist so ein Deckkopf. Jake, oh Mann, wo ist er hin? Finn. 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 Oh, Jake, bist du das? Ich sende eine Message zu deinem Geheimnis. Ja, Mann. Wo hast du denn? Das ist ein bisschen freundlich. Okay, ich vertone das jetzt noch nicht. Wir wollen ja ein bisschen was vom Spiel sehen. Im Norden. Okay. Das sind wir. Oh, wir haben mein Schwert. Okay. Na gut. Und es sieht ziemlich awesome aus. Na gut. Gehen wir weiter. Genau. Und wir machen das jetzt einfach mal. Au. Okay, die Steuerung ist ein bisschen hakelig. Ah, okay. Das sind so... Typen. So ein bisschen, äh, wieder mal The Legend of Zelda-like, finde ich. Und es ist interessant. Zu Norden, hat er gesagt. Na, dann gehen wir nach oben. Oh, okay. Höchstwahrscheinlich ist er im Schloss. Oh. Cool. Schätze. Na, so ein ganzer Berg und wir haben einfach zwei Münzen daraus bekommen. Oh, this one's perfect. Checker und macht stark, sobald du es den nächsten Ball am Vormag aufwürst. Okay, man- man findet lustiges Zeug auf jeden Fall hier. Hörst du? Wo soll ich die hochheben? Ach so. Ups. Ähm, ich hab, glaub, alle Büsche kaputt gemacht. Mal einen von hier. Wow, die sind, die sind echt schwer. Okay. Steht da was drauf? Das ist in einer Sprache beschrieben, die Finn und Jake nicht verstehen, okay? Wir gehen mal hier außen rum. Ah, und da ist auch der Eingang. Oh, okay. Perfekt, wir sind da im Schloss. Es ist auf jeden Fall ein lustig gemaltes Spiel mit lustigen Dialogen und ich glaube, hier gibt es auch allerlei Sachen zu erforschen an sich, also ein sehr interessantes Spiel. Ich finde es halt ganz interessant, dieses Adventure-Time-Setting. Ich weiß nicht, wie es euch da angeht, wenn man halt irgendwas schon mal geguckt hat und davon dann ein Spiel entsteht, ist das extrem cool. Klar ist das jetzt wie The Legend of Zelda-Zer aufgebaut mit diesen Dungeons und dann Schlüssel kommen, aber es ist halt mit anderen Charakteren, das macht das Ganze mal ein bisschen interessanter. Und es sind sehr interessante Mechaniken auf jeden Fall. So, Stachel weg und weiter geht's. Vielleicht ein bisschen viele Ladezeiten, aber gut, solange das Spiel dann flüssig läuft und alles passt, dann passt es schon. Ist da ein Grund, warum du nicht benutzt das Front Door? Du hast viele Monster in der Basement von dir, aber wir haben es gemacht. Du bist willkommen. Ja, natürlich. Needless zu sagen, du hast einen Moment gekommen. Ich bin sicher, Princess Bubblegum erklärt die Situation. Aber ich möchte, ob das so wichtig ist. Aber ich möchte, ob das so wichtig ist. Dieses Kingdom wurde von drei Kindes. Lullaby Princess, Schlumber Princess und... Und... Now that the Kingdom is complete, a ruler must be cho- The Coronation Ceremony is tomorrow, but all- Oh, Slam! You need us to find the princesses so one of them can rule the name of- Quite right. There isn't much time- We'll find those sisters before you know they're gone. Um... We had assumed each princess retired to her respective t- Unfortunately, it seems the entire Kingdom has been over- No worries, your butlership. Monsters are just pickups I haven't collected- Oh, well. Okay, then. We're counting on you, Finn the Human. Interessant! Jetzt wissen wir also die Story. Wir haben auch eine Errungenschaft reingeschaltet. Und wir gucken natürlich gleich, was wir tun können, um die Prinzessin zu retten. Okay. Cool. Ich nehme halt auch an, hier gibt es einige Secrets, wie man zum Beispiel da hinten sieht, dass da so eine Kiste ist. Und, äh, ich gehe jetzt einfach mal hier hinten rum und hole mir mal die Kiste. Ich hoffe, da komme ich ran. Es wird ziemlich interessant. Scheint, wie es sich anhört, mit den drei Prinzessinnen ein relativ kurzes Abenteuer zu sein, aber das stört mich noch nicht mal unbedingt. Okay. Wir gucken halt erstmal, was wir so hier in der Umgebung finden. Ich finde das alle sehr schön gestaltet. Die Figuren passen, die Umgebung passen. Also das Spiel läuft relativ, also, flüssig. Die Steuerung ist mit dem Gamepad sehr einfach. Also ich kann mich bis jetzt nicht beschweren und wir sind in dem ersten Dungeon mit einem Schwein. Finn, how are you? Mr. Shrine. My special lady and I came to the Nameless Kingdom. Today was her manicure day. But I wonder if she forgot we agreed to meet here afterward. Hm. Ah. Seine Freundin ist verschwunden. Okay, sind vielleicht alle Frauen verschwunden? Irgendwie hört sich das gerade so an. Wenn der Shrine auch nach seiner Freundin sucht. Die Trip-Animation war gerade sehr cool. So, wir gehen mal da hinten hoch. Was ist das? Okay. Ist auf jeden Fall was drauf. Weil ich scheine nicht dran zu kommen. Okay, ist auf jeden Fall eine Videothek. Eine alte, würde ich sagen, ja. Das sind alles Videokassetten. Hier ist ein Händler, nehme ich an. Okay, und hier können wir Sachen kaufen. Eine Banane. Eine... Weiß nicht, was ist das? Eine Tüte? Ah, ein Plastikbeutel, okay. Oh, er reimt alles. Oh mein Gott, ist ja schrecklich. Schrecklich und lustig zugleich. Okay. Hier, Hunde müssen draußen bleiben. Lass ich jetzt eigentlich mein Schild raus holen. Er ist doch ein Hund, oder? Okay. Oh, okay. Wow! War das gut, dass ich das getan habe? Ich glaube nicht. Okay, was sagt der denn zu mir hier? Ah. Bist also zurück. Das ist das, was ich mit der Steuerung meine. Also, sie ist nicht so optimal. Irgendwie kann ich das in mehr Richtung machen. Okay, ich verstehe es nicht so wirklich. Irgendwie scheint es ein Minispiel zu sein, aber... Wahrscheinlich nur, wenn ich alles... Oder alles kaputt mache. Naja, wir gucken mal weiter. Was wir denn noch so finden? Lauter Läden. Da ist ein fetter Stein. Da kommen wir noch nicht vorbei. Da brauchen wir sowas wie Bomben. Okay. Wow, 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 wow. Hier... Ich mache mir Angst. Und da brauche ich... Hm, wie ein Hammer vielleicht? Irgendwas? Naja. Vielleicht hier lang. Da brauchen wir auch Bomben. Hm? So viel Stuff. Also, es gibt auf jeden Fall. Wir können Bomben kriegen. Wir können Hammer kriegen. Wir können massig Geld sammeln, so wie es aussieht. Und die Welt scheint ziemlich groß zu sein. Hier ist ein Laden, wo es Nüsse gibt. Okay. Okay. Wir verkaufen Knabbermixe. Okay. Ich nehme an, die sind irgendwie zum Heilen. Ah, so viel Stuff zu sehen gleich am Anfang. Aber das soll ja nur so ein Geschmack sein auf das, was euch vielleicht in dem Spiel erwartet. Und ich glaube, das Spiel war mit 20 Euro eins von den etwas teureren. Obwohl... Ne, habe ich auch im Angebot gekauft. Im Angebot war es einiges günstiger. Ich glaube, 12. Aber... Nur, dass ihr Bescheid wisst. Also, es gibt halt... Äh... Ah, okay. So kann man später... Au. Au. Okay. Oh, Roshis. Au. Au, au, au. Okay, hier kann man Fackeln anzünden. Uh, da bekommt man auf jeden Fall viele Items. Ich glaube, ich sollte hier noch nicht sein. So das Gefühl... Ich weiß nicht, ob dieser... Au. Okay. Mit diesem Game Over würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einem anderen Minzy gespielt. Bis dahin. Ciao. Tschau!